Was können wir tun, um unsere Frequenzen zu erhöhen? Um zu gehen. Ich meine, in meiner Meinung, können wir betrachten und versuchen. Aber ich glaube nicht, dass etwas da, um schneller zu gehen. Wir sollten nur jeden Tag oder jeden Monat versuchen. Meditieren? Ja, wenn wir Zeit haben, können wir meditieren. Menschen, die erleuchtet sind, also gibt es das überhaupt? Nach dem Erleuchtung kommt, können wir nicht in diesem Körper bleiben. Erleuchtung bedeutet, bevor der Tod oder nach dem Tod. Wir haben Kontakt mit dem Heiligen, wir werden Teil des Heiligen sein. Erleuchtung bedeutet, wenn wir mit Gott identifieren. Ich bin Gott. Ich bin Gott.